Und einmal den bewerteten Teil. Der neutrale Teil ist die Summe aller Eigenschaften eines Objektes. Bewertet die Güte aller Eigenschaften eines Objektes. Qualität ist die Bezeichnung einer wahrnehmbaren Zustandsform von Systemen und ihrer Merkmale, welche in einem bestimmten Zeitraum anhand bestimmter Eigenschaften des Systems in diesem Zustand definiert werden. Alter. Qualität könnte sowohl ein Produkt wie Wein und dessen chemischen Elemente und den daraus resultierenden, subjektiv bewertbaren Geschmacken schreiben, als auch, und jetzt kommt es, die Prozesse der Reifung der Traube, der Produktion und des Vertriebes des Weines oder dem Prozess des Managements der Winzerei. In der Bedeutung B, das war die bewertete Bedeutung, spricht man von Qualitätswein oder Wein mit Prädikat, beziehungsweise von exzellentem Management. Ja. Alter, dann baust du hier echt nochmal einen Vierer ein, Junge. Du bist doch echt ein Spacken, ey. Ja, natürlich nicht gemacht, ey. Ein bisschen Spastika, wirklich, Mann. Kannst du denn am Ende nur so richtig stumpf einen Vierer einbauen, Alter, ohne Anlauf? Was ist das denn? Hast du ja was gesagt, auch beim Rumpshaddle? Oh, Mann, ey. Diese Qualität ist so schlecht, Alter, nur, ey. Du bist doch ein Ollo, was ist denn das? Ich krieg den Vierer nicht hin. Es ist so bitter einfach. Ich kann einfach keinen Vierer ausmachen. Wayne, das war eine ganz schön bittere Pille. Was? Versteh ich nicht, ja. Das ist schon eine Betonung. Die Betonung deutlicher auf den Verarschen wieder hin. Nur, eigentlich nicht. Stammt das mal im Maul. Ey, ich krieg den Vierer nicht hin. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen zu hektisch. Ich krieg ja mal hektisch. Boah, Junge, der Vierer ist auch richtig. Der Vierer ist so stumpf, ey, wirklich. Junge, was ist denn das hier, was die ganze Zeit mich stört beim Springen? Die Decke und die Wände? Das sind die Ecken einfach. Verpiss dich! Junge, hau einfach ab, ne? Wirklich jetzt. Ja, lass mich doch jetzt einfach zuerst hier machen. Ey, du gehst mir so auf die Eier. Jetzt war ich nicht mal in der gleichen Nische wie du, Alter. Ne Nische, aha. Ja, wie hätt man das denn sonst? Ich schaff's ja nicht. Mach du mal zuerst. Bist du Schub? Oh, komm, wenigstens versuchen. Den hättest du doch eh nicht geschafft, Alter. Hätt ich auch nicht. Ich musste kurz meine Wutern irgendwann raus, als wenn du mal um. Junge, du bist so ein verhurtbarer Bastard. Aber der ist komisch, wieso, wieso ich jetzt... Ich mein, der Vierer ist doch echt nicht so schwer, Alter. Der kommt mir gerade irgendwie so gigabyte vor, als ich ihn irgendwie nie machen würde. Du bist doch so der Sohn einer ehrenlosen Fure, Alter. Ich bin grad wirklich, ungelogen, auf dem letzten Pixel abgesprungen. Das ist unser neuer Kanal, ungelogen. Junge, du haust verdammt nochmal ab, wenn ich springe. Unser neuer Kanal, ungelogen. Hab ich dir nicht gerade was gesagt? Jetzt mach doch mal bitte weiter, Junge. Wie dumm du einfach bist, äh. Das ist kein Plagiat von ungespielt, ungelogen. Es geht nicht so auf die Schwanzen. Jetzt mach ich den, jetzt mach ich den. Pass auf, pass auf. Ey, der geht nicht. Der geht nicht. Das ist ein Pünter. 100 Brunnen. Das ist 100 Brunnen. Ey, warum krieg ich denn den Vierer nicht hin? Weiß ich doch auch nicht, ey. Der ist irgendwie voll. Es kommt mir einfach so vor, als ob ich irgendwie unter ganz komischen Bedingungen entspringe. Als ob ich irgendwie überhaupt nicht... Als wäre ich unter der Erde. Und würde auf Kristallblöcken springen. Kristall. Und macht Alessandro... Nein, der geht nicht. Ich hab's gerade geproofed. Ja. Alessandro ist geproofed. Und wenn Alessandro den Vierer nicht hinbekommt, dann... Denn ich bin der Fordjump Master. Jump Frontier Master. Eben. Also wer das auch sein möchte, der muss ungefähr 4000 Vierersprünge ohne Anlauf mitbringen zur Wand und hintereinander schaffen. Boah, ist richtig. Also dann kann man sich Fordjump Master machen. Ey, ich krieg ja die ganze Zeit nur noch den Wobbelsprung drauf, Mann. Der suckt einfach am meisten meine Müsse. Fuck. Ne, er geht nicht. Also wirklich nicht. Ja, ich hab ihn auch schon richtig aufprobiert. Er geht wirklich nicht. Aber ist doch nur ein Vierer. Ja, aber nein. Der ist irgendwie durch das Emerald oder sowas. Ja. Das glaubst du auch selber nicht, ey. Ey doch, dann haben wir noch so ein Minus 0,02% verringert im Lauf. Ja, der Reibungskoeffizient ist doch dann um einiges erhöht. Außerdem ist die Viskosität des Blocks auch ganz anders. Was für eine Viskosität denn, Alter? Der ist weich. Da läufst du ganz anders drauf. Du brauchst da andere Schuhe. Das ist zu vergleichen mit einem Sponge. aus dem Spiel Minecraft. Spongeblock. Jetzt komm ich nicht mehr mehr zum Vierer hin, weil ich die ganze Zeit so energisch hin und herspring. Komm mal, jetzt machst du ihn. Nein, es geht nicht, ne? Es geht. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir jetzt einfach gegen die Decke. Sprink mal gegen die Decke. Nein, das sind vier oder sowas dazwischen. Oder mindestens drei. Ich komm ja nicht mal mehr hin, ey. Ich doch auch nicht, weil es auch viel zu eng ist, Junge. Ja, und wenn die ganze Zeit irgendwie aus der Nische springt, ey, es geht auch noch ein bisschen Nischen springen. Das neue Spiel. Das ist ein Minecraft DLC, was man sich später kaufen kann. Ja. Wenn Microsoft endgültig dann den Laden hier übernommen hat. Für fünf Euro. Nischen springt. Aber eine Mac, wo man ein paar Nischen sind. Nein, du kommst... Nein, wirklich jetzt. Ich sag's euch. Du kannst es nicht schaffen. Denn wenn du hier hoch springst, kommst du schon an die Decke. Warte, 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 warte. Ich bin hier auf dem Block offiziell. Das war schon mal der File-Dekomaden. Der ruft mich jemand an. Okay, pass auf, was ist er noch? Warte mal ganz kurz. Ich bin mal ganz kurz. Tut mir leid. Ey, Liam, es lag wirklich an der Decke, ne? Wir haben die weggemacht. Es geht jetzt wirklich, der Sprung. Warte mal. Ah, die Kopfhörer fällig schon, glaubst du jetzt? Er war's? Der... Es lag an der Decke? Der Sprung lag echt an der Decke, ja. Oh. Okay. Aber habt ihr das jetzt gemacht oder habt ihr nicht vercheidet? Ne, wir haben es ganz easy gemacht. Ich hab's sogar zweimal gemacht. Ah, okay, komisch. Dann hab ich das wirklich... Also, er geht jetzt wirklich. Nee, wusste ich gar nicht, dass das irgendwie so beeinflusst. Doch, jetzt weißt du's auch. Merkst das, ihr werdet. Merkst den Mobbing, wenn die haben. Ja, das haben wir noch nicht verbracht. Die haben ist einfach schlecht. Boah, der spielt so scheiße, ne? Hey, Fickilagen, Cock, lalalalalala. Punch, Junge. Hey. Oh, dir machst du's mal? Oh mein Gott. Ist echt so, du langweilst schon wieder die Zuschauer. Hast fünf Minuten AFK? Jetzt langweilst du die Zuschauer eben noch mit solchen... Ja, mit solchen Psychospielchen. Hey, Fickilagen. Weg ist Cock. Da muss ich nochmal, äh, ob ich die fünf Minuten einfach drinlasse oder rausschneide. Oh, scheiße, man. Ich bin beim Dreharmonen... Junge, wieso schaff ich den Vierer nicht? Schaff? Ich könnte ja so gern gerade... Punch! Junge, ich muss ständig den Game-Mod wieder aktivieren, das weißt du aber auch, ne? Ja, und? Deswegen mach ich das ja auch. Ah Liam, ohne Witze, du bist so peinlich, einfach nur so schlecht in dem Spiel, Alter. Oh Junge... Oh Junge, ich hasse diese Scheiße, Mann. Den kann man so hart bei seinen eigenen Map fällen, Mann. Da merkt man einfach wieder, dass du es nicht... Die Sprünge hab ich noch nicht erfunden, Alter. Ja, aber du hast die Sprünge getestet. Ja, genau, ist echt so. Hä? Wie lange saßen wir mal beim Testen, Alter? Vor allem den hast du gar nicht getestet, Mann, weil der nicht ging. Ich hab den gar nicht getestet, Alter. Das ist doch logisch. Hält dich weiter. Du wirst vorhin gesagt, dass jeden scheiß Muggelsprung... Ja, ich dachte, das war offensichtlich, dass das so ein Witz war. Jetzt hab ich die ganzen Sprünge testen würde, ey. Warum nicht? Ein guter Map-Ersteller macht das. Du glaubst das auch selber nicht, ey. Ey, ich krieg den 3 um eine Hütte nicht hin, Mann. Das liegt auch wieder daran, dass er an der Decke ist. Nein, der ging vorhin, der ging vorhin. Nein. Doch, ich hab ihn gemacht. Nein. Am allerersten try. First take one take. Aber... Das war ich auch nicht mehr. Weil... Weil hier... Nee, nee, nee. Äh... 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 Jetzt, wo Alessandro's erwähnt hat, ne? Weißt du? Da war's einfach nur... Da war's einfach nur Mindblowing, ey. Oh, Alessandro, ganz besser pisst dich doch mal, wenn ich da stehe. Hast du einfach runter zu springen? Nein. Oh, Junge. Jetzt lass mal die Scheiße wahr. Oh, Junge, ich bin zu klein und schwul.